Es war so klar, er schwenkt rüber und er tanzt rüber. Influencers in the wild. Digga, ist das ein Kack. Influencers in freier Wildbahn. Schnallt euch an, macht euch ready für diesen anderen Cringe. Ist das einfach dämlich. Dieses Smartphone in der Hand, was halt so exakt das Gegenteil ist von Okay, ich bin in Gedanken komplett frei gerade, ich bin einfach nur im Hier und Jetzt. Aber das sieht doch auch aus ihrer Perspektive, in der Selfie-Perspektive doch absolut kacke aus, oder? Das ist doch so bescheuert. Der ganze Channel ist darauf ausgelegt, nur solche Videos. Die haben sich einfach gedacht, weißt du was, wir machen im Flugzeug ein Flugzeug. Und dann auch noch schön barfuß, weil wir machen nämlich hier jetzt so Yoga. Guckt euch das an. Oh, ist das cringe. Dass diese Leute wirklich so kein Schamgefühl haben, ne? Wieso machen die das, fragt der Jones im Chat. Na ja, auf Instagram sieht das gut aus. Schön Slow Mo, ein schöner Filter drauf, epische Musik drunter und dann sieht das so krass aus. Also jetzt nicht unbedingt dieser Kick hier, aber ich habe, und das wisst ihr, ich habe eine Beziehung geführt in meinem Leben, die bestand vier Jahre lang aus gefühlt nichts anderem als sowas hier. Das war dann immer, wir verreisen zusammen. Also im Endeffekt war es einfach nur den ganzen Tag an irgendwelchen Stellen Handy raus, oder sogar noch Spiegelreflexkamera raus, immer mitschleppen, immer dabei haben und dann sowas machen hier. Also ich war auch schon in dieser Rolle. Erinnert ihr euch noch an diese Zeiten, als man einfach am Strand stehen konnte ohne es einfach nebenan das hier produziert wird? Der Typ im Vordergrund gönnt sich, ja genau. Alter. Einfach der beste TikTok-Channel ever. Da sehe ich mich aber drin. Einfach cool posen und dann in Slow Mo mit dem Feuer, der hinterher sieht schon krass aus. Das ist einfach so dumm. Vier Jahre, Freunde. Stehen sie da alle? Digger, was ein Kack. Was? Ein Kack? Wie dumm muss man sich da als Kameramensch dabei vorkommen? Ich garantiere euch, dieses Video hatte locker ne Millionen Likes. Das Video auf diesem Handy. Easy. Millionen Likes. Oder doch Onlyfans. Ja, vielleicht auch das. Das sieht in Slow Mo auch cool aus. Das ist einfach immer so unangenehm, dass sie es immer in der Öffentlichkeit machen müssen, ne? Dass man das nicht so irgendwo ruhig machen kann. Das sieht doch auch auf dem Video kacke aus, wie die ganze Zeit Leute dran vorbeilaufen. Das sieht doch besser auch auf Video aus, wenn man alleine in dem Frame ist, oder? Dieser arme Hund. Er will doch nur Gassi gehen. Ja, das finde ich in Ordnung. Ist absolut abgelegen hier. Die ist ziemlich alleine. So fühlt sich nicht beobachtet. Soll sie mal machen in Ruhe. Das finde ich cringe. Das finde ich sehr unangenehm. Guck mal, wie viele Leute drum rum sind. Die sagen, das ist mir egal. Ich habe kein Schamgefühl. Ich mache das jetzt. Punkt. Oh, ist schon... Schon relativ hohes... hohes Cringe-Level ist so. Hockt er da auf dem Gleis. Die Perspektive ist halt einfach besser. Ich mag Züge. Also sie trägt hier ein Tannenbaum-Outfit, ja. Und wälzt sich im Meer. Aber das finde ich wieder witzig. Das würde ich aber auch machen. Also den einen oder anderen Cringe, den muss man ja auch machen. Das ist okay. Also ich schaue jetzt nicht irgendwie von oben herab oder so. Ich bin ja auch immer wieder in Situationen. Ich bin selbst Influencer irgendwo. Ich sehe mich ja selbst auch oft in solchen Situationen. Und dass ich Sachen filme, wo ich so sage, krass, alle gucken mich gerade an und ich rede halt mit einer Kamera. Aber was soll's. Aber manche Situationen, die kannst du dir halt nicht ausdenken, ne? Gute Technik. Das ist ein cooles Video. Da sehe ich ja zum Beispiel keinen Cringe. Das sieht halt von außen einfach so weird aus. Klassik. Da siehst du aber auch einfach am Outfit schon. Die haben sich getroffen. Lass uns da hingehen, um Fotos für Instagram zu machen. Nicht, um irgendwie einen Kürbis abzuholen. Weil Kürbis kaufen machst du nicht in solchen Schuhen. Die Schuhe nimmst du mit für das Instagram-Fotoshooting. Ey, es ist so krass. Also, mich triggert das im wortwörtlichen Sinne. Trigger. Also, das triggert einfach eine verdrängte Erinnerung aus meinem Leben. Wenn ich das einfach sehe. Wisst ihr, was für miese Laune sie hier einfach haben muss in dem Moment? Machst du 100 Fotos, gibst dir Mühe. Der Winkel, der Winkel. Zeigst alle 100. Ne, kannst du doch mal meine Haare waren nicht so schön. Warte. Dann werden erstmal die Haare gerichtet. Okay, nochmal 100 Stück. Verschiedene Winkel, du verrenkst dich komplett. Ja, oh nee. Warum sagst du nicht, dass mein Hut falsch ist? Dicker, woher soll ich wissen, wie dieser Hut richtig sitzt? Oh, dann sitzt du da eine Stunde lang. Damit ein Foto entsteht, das am Ende 800 Likes hat. Oh, oh Mann, Alter. So eine Krawatte löst das irgendwie aus. Brutal, Alter. Wisst ihr, was ich hier so brutal dran finde? Den Zoom von seinem Handy. Was ist das für ein Handy, Digga? Guck mal. Dieser andere Zoom einfach. Huawei. So ein Ding ist das. Just practice in your room, Babe. Hier finde ich, man sieht so 1000 Prozent, was der Gedanke dahinter ist. Ganz eindeutig, da braucht man nicht mal Kowalski Analyse sagen. Sie hat hier ihr Handy irgendwo stehen. Sie hüpft einfach die ganze Zeit hoch. Sie kann die Pose gar nicht. Aber hüpft hoch, bis sie mal für eine halbe Sekunde das irgendwie gerade hält. Und auf dem Foto nachher sieht es dann halt aus, als könnte sie die Pose. Weil jetzt so für eine halbe Sekunde muss es, es muss ja nur für eine halbe Sekunde halten. Es muss nur einmal kurz, zack, Foto. Reicht für Instagram. Auf Insta sieht es dann ultra krass aus. Und das finde ich dann wieder so ultra cringe. Das finde ich witzig. Pass auf. Und da fühle ich einfach diesen Kommentar. Stadtkind das erste Mal auf dem Feld. Dieses Erlebnis habe ich auch so oft gemacht. Wie sich wirklich so Stadtkinder, die zum ersten Mal so auf dem Land sind. Ist einfach genau das. Guck mal, der Hund hat doch einfach gar keinen Bock da drauf. Ach man. Warum immer mit diesen ganzen Kürbissen? Was haben Instagram Influencer immer mit Kürbissen? Ich verstehe es nicht. Kein anderes Gemüse dieser Welt wird auf Insta so krass promoted wie der Kürbis. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, so langsam sind wir immun auf Leute, die in der Öffentlichkeit halt einfach mega krass abtanzen, oder? Ja, das hier fühle ich zu einer Million Prozent. Das war einfach vier Jahre lang ich. Genau dieser Modus hier. Genau der war ich. Guck mal, wie er sich hier abrackert. Einfach nur, damit sie ihr Bild kriegt. Und dann nachher? Oh, sieht kacke aus. Und dann bist du schuld daran, dass es kacke aussieht. Dann wird noch diskutiert, ne? Corona-Virus wird über Partikel in der Luft verbreitet, die vor allem durch deine Nase verbreitet werden. Okay, Achtung, ich schütze euch alle. Ich will nicht, dass ihr meine Rotzpartikel kriegt. Deswegen denke ich jetzt meinen Mund ab. Ja, das ist mein einziger Gedanke dazu. Was ist denn da die Geschichte dahinter? Warte, ich mach kurz B-Roll-Aufnahmen von unseren Barbies. Wies. Es war so klar. Er schwenkt rüber und dann teilt sie. Nein. Noch mal. Das ist doch nicht wirklich passiert. Hier machen sie alle ihren Job hier. Retten, leben. Ohne Musik ist das einfach so cringe Die wollen da alle jetzt vorbei und sie steht da mit ihrem Fuß in der Hand Das ist so die hässlichste und unästhetischste Kulisse, die du haben kannst, guck mal wie sie fotografiert Ja, das kann sehr krass aussehen, wenn du so in der Stadt, ultra weit Winkel und du fotografierst von ganz oben Du drehst das Handy um, hast die Linse direkt über dem Boden, fotografierst dann so hoch, hast die Skyline, die Lichter Das kann richtig gut aussehen, aber doch nicht, wenn du so von oben So hast du doch einfach nur das Mädel auf dem dunkelgrauen, hässlichen, stinkenden Hintergrund Mit Blitz auch noch Mit Blitz auch noch, ihr wisst doch 1000% wie dieses Bild am Ende aussieht Das ist so ein Bild, damals auf Facebook, wo dann so zwei Likes sind Und zwar, die Likes kommen dann von den besten Freundinnen, die da so drunter schreiben Mausi, du hübsche, eifersüchtig Und die sind immer verschwommen, irgendwie Ist wieder so unangenehm Ich find's nicht schlimm, so Tanzvideos in der Öffentlichkeit zu machen Aber sobald das irgendwie so was ultra krass Sexuelles ist, irgendwie Find ich das mega weird, das so in der Öffentlichkeit einfach zu machen Genau, ich wollte gerade sagen Ich wollte gerade sagen Einfach allein aus dem Grund, dass da ja auch Kinder sind Und dann sehen wir diesen Shot Der Junge ist gerade so A whole new world Das war der Moment, in dem er zum Mann wurde Aber wir sehen hier, die Kulisse ist krass So mit der Skyline und so, das sieht schon krass aus auf dem Video Oh Mann ey Sega, ist das unangenehm Alter Schwede Du kriegst die Flügel im Selfie-Mode nicht gut drauf Nicht mit der normalen Frontkamera Lass dich fotografieren oder nutz die Weitwinkelkamera auf der Rückseite Aber mit der Frontkamera kriegst du das hier aufs Bild Sonst nichts Lass das schön aus 2 Meter Entfernung fotografieren Dann sieht das richtig gut aus Warte ich euch Wenn du das einfach von so ein bisschen weiter weg fotografieren lässt Dass dann das ganze Motiv mit drauf ist Vielleicht sogar noch Weitwinkelkamera etwas weiter weg In dem Fall war es jetzt nicht mehr der Weitwinkelkamera Aber trotzdem Dann hast du das ganze Motiv drauf und das sieht auch cool aus Aber so hast du halt nur dieses klitzekleine Frame hier Das haut einfach alles um Das ist halt schon weird Ist einfach so voll hier Guck mal wie voll es einfach ist Und wie viel Platz sie dadurch einnimmt Weißt du Weil jetzt kann sich ja niemand hier hinstellen Und diesen freien Platz nutzen Aber ich find's okay Vor allem das Endergebnis sieht mega krass aus Mann sieht das so weird aus aus dritter Perspektive Ich würd sagen wir setzen dann Cut Freunde Muss einmal kurz durchatmen und überleben Freunde Aber wir switchen einmal kurz in den Weltraum So ein Ding ist das Wenn euch das Video jetzt gefallen hat Dann klickt doch einfach hier drauf Da seht ihr noch mehr von meinen Reaktionen Auf richtig lustigen Stuff Viel Spaß